Na alle zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euren Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir von einer Ruffraktion kriegen. Und zwar seht ihr schon, dass ich hier auf diesem schicken mechanischen Mount hocke, das Rostbolzenresistor heißt. Und dieses können wir erhalten, wenn wir bei dem Rostbolzenwiderstand auf einen ehrfürchtigen Ruf kommen und dann noch relativ viel Gold investieren wollen. Und zwar fast eine halbe Million. Wir zahlen 419.000 Gold und dann können wir uns das kaufen. Ich will euch jetzt kurz erzählen, wie man da am besten hinkommt, wie man am effizientesten den Ruf farnt. Zum einen solltet ihr täglich einmal eine World Quest machen, für die ihr 750 Ruf bekommt. Dafür müsst ihr täglich immer andere Sachen angehen. Ihr müsst sechs Kisten aufmachen, drei Rares töten oder einfach Aktivitäten hier auf Mechagon abschließen. Das beinhaltet die beiden erstgenannten, beziehungsweise auch die Dailies, die man hier noch zusätzlich machen kann. Heißt, diese Dailies, beziehungsweise diese World Quest, solltet ihr am besten täglich machen, sind 750 Ruf. Des Weiteren habt ihr immer noch eine Pet Battle World Quest. Die habe ich jetzt heute auch schon gemacht. Das sind 75 Ruf. Und zudem haben wir noch Dailies, die wir hier im Lager haben, die dann auch zwischen 75 und 150 Ruf pro Dailie bringen. Die kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Zusätzlich ist es dann so, dass es hier bei Chromie ein Time Event gibt. Sobald ihr dieses Time Event einmal gemacht habt und diese großen, bösen Bots in der anderen Phase umgehauen habt und ein wenig Glück hattet, könnt ihr ein Item bekommen. Und zwar heißt das persönlicher Zeitverschieber. Da haben wir es. Und mit diesem Item können wir immer in diese alternative Zeit reisen. Warum wollen wir das machen? Und zwar sind in dieser alternativen Zeitlinie immer auch Dailies ab. Heißt, selbst wenn Chromie nicht da ist, heute ist sie zum Beispiel da, könnt ihr in diese andere Zeitlinie gehen und extra Dailies machen und extra Ruf bekommen. Ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so verkehrt. Dann haben wir hier noch einige Pet Battle Meister. Wenn ihr sie das erste Mal besiegt, bekommt ihr für jeden von diesen Pet Battle Meistern nochmal Ruf. Ich meine, es waren 75 hier auf Mechagon. Und das sind doch ein paar, die man besiegen kann. Dementsprechend gibt es nochmal so einen kleinen extra Boost. Dann haben wir noch 10 Fische, die man hier auf Mechagon looten kann. Jeder von den Fischen bringt insgesamt 25 Ruf. Diese Fische kann man hier bei der Anglerin abgeben. Und das kann man täglich machen. Heißt 250 Ruf, die ihr täglich zusätzlich erwirtschaften könnt. Ist eine relativ praktische Angelegenheit. Ist aber ein bisschen zeitaufwendig. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Werde ich euch gerne verlinken. Genau, das sind so die Geschichten, die ihr angehen könnt. Wenn ihr jetzt eher zu der Fraktion gehört, die weniger Zeit hat, dann würde ich euch wirklich raten, diese große eine World Quest hier zu machen, die 750 Ruf bringt. Das ist der größte Teil und kostet eigentlich wen Zeit, wenn ihr sechs Kisten hier aufmachen müsst oder drei Rares. Das ist eigentlich in fünf Minuten abgehandelt. Dementsprechend, das sollt ihr auf jeden Fall machen. Dann kommt ihr doch relativ zügig auf ehrfürchtig. Wenn ihr die Sachen außenrum noch machen wollt, bekommt ihr dementsprechend nochmal einen netten Boost. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht sonderlich hoch. Fische 25 Ruf, Pet Battle 75. Die meisten Days auch 75. Da merkt ihr das Verhältnis, dass das nochmal so ein bisschen was zum Aufstocken ist. Zusätzlich könnte man auch sich noch diesen Vertrag drauf basteln, der nochmal bei allen Aktivitäten 10 extra Ruf gewährt. Ich habe es jetzt persönlich nicht gemacht, weil die am Anfang von dem Add-on sehr, sehr teuer waren. Wenn ihr alles rausreizen wollt, wäre das aber noch das Mittel der Wahl. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.